Oh Leute, was geht? Willkommen zu diesem besonderen Video. Wie ich das irgendwann mal sage, hätte ich das nicht für möglich gehalten. Erstmal ein riesiges, großes Shoutout an Epic Games, das sind mich beim Vollskill, mich haben mitspielen lassen. Letzte Woche bin ich im Solo-Competent und hab's, glaube ich, einmal in die Top 20 geschafft, das war alles. Diese Woche sah das ein bisschen anders aus. Ich bin Duo mit Vlad gecued und wir haben tatsächlich mit unserem Team Dusty Dogs zwar keine Punkte holen können, wir als Team. Wir sind dreimal Top 10 gegangen, das seht ihr jeweils auch im Nachgang, aber unser komplettes Team hat einfach so geisteskrank performt, meine Freunde, dass ich jetzt tatsächlich hier oben diesen Titel, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, rechtfertigen kann. Worst Case gehe ich mit 2.500 Dollar raus und Best Case mit 15.000. Wir sind gerade Zweiter in der kompletten Competition mit 70 Punkten Vorsprung und können sogar eventuell noch, je nachdem wie heute Abend unser NA-Team spielt, den ersten Platz holen. Nächste Woche gibt's dann nochmal Trials, aber momentan sieht es faktisch so aus, euer Boy hat durch einen lustigen Zufall und einfach sehr, sehr viel Glück 10.000 Euro mit Fortnite gemacht, beziehungsweise 10.000 Dollar. Gut, da gehen halt nochmal Steuern runter und so weiter und so fort, aber nichtdestotrotz, geisteskrank, meine Freunde. Was ihr jetzt sehen werdet, ist ein Highlight-Video von diesen 5 oder 6 Spielen, die wir gespielt haben, ich glaube, es waren 6 Spiele. Im Anschluss, ich bin todesmüde. Ihr seht immer nur die Endzones, meine Freunde, es war wirklich schwierig. Es wurde getörtelt, es wurde geleckt, es wurde gebaut. Ich habe auch tatsächlich nur einen Kill gemacht, meine Freunde. Das Maximum, was wir an Kills gesehen haben in dieser kompletten 100er-Runde, waren allerdings 7, also das ist gar nicht so schlecht. Vor allen Dingen, wenn man halt bedenkt, dass man am Ende wirklich nur in einem Punkt so einen Turtel, das ist eine komplett andere Fortnite-Experience, die ihr jetzt seht, meine Freunde. Bitte verurteilt uns jetzt nicht als Camper und so weiter und so fort. Das komplette Tournament wurde so gespielt und ich muss hier auf jeden Fall nochmal einen riesen Shoutout an meinen Mate Vlad raushauen. Der Boy ist auf jeden Fall mit seinem Twitter-Account in der Videobeschreibung verlinkt, folgt ihm auf jeden Fall mal rein. Richtig, richtig cooler Typ, ich denke mal, da wird es auf jeden Fall noch den einen oder anderen Stream mit ihm geben und ich kann einfach nicht glauben, dass das hier gerade passiert ist. Ich meine, wie geil ist es bitte, Leute. Also erstmal ein riesiges Dankeschön an Epic Games, ein riesiges Shoutout an die kompletten Dusty Dogs, die hier wirklich mit Platz 2 gerade unglaublich abliefern, meine Freunde. Küsse gehen raus an mein Team und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei diesem Video und by the way, meine Freunde, ganz oben in der Videobeschreibung ist mein Discord-Link. Ich habe jetzt einen eigenen Discord, kommt einfach mal drauf. Für meine Twitch-Subscriber gibt es auch noch was ganz Nettes zu sehen und ja, das war es von diesem Video. Ich hätte niemals gedacht, dass ich das irgendwann sage, aber ich habe tatsächlich Geld mit Fortnite bei einem Turnier gemacht. Zwar nicht ich, eher mein Team, aber trotzdem. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei diesem Video, vielen Dank fürs Zuschauen und ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag. Tschüss. Easy, Leute, ich bin mal gespannt. Ja, Top 10 bekommt Preisgeld und ich glaube, das ist insgesamt Preisbundes so 300.000 oder so. Für heute Abend oder wie? Mhm, mhm. So krank, oder? Links von mir, rechts von mir direkt close, 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 close. Weh, die direkt am Baum bei mir. User in your Channel timed out. Ja, moin, er ist raus. Ich fühle mich nicht so geil jetzt. Oh, Digga, ich bin down. Ich war gerade im TS, Digga, und war dich gerade am Moving und bin downgegangen. Voll, ich bin jetzt wieder da. Ja, ich war gerade genau im Teamspeak drin, als die gepusht haben. Sorry, Mann, konnte nichts machen. Wie hier noch kein anderer gestorben ist, ne? Ja, nur ein bisschen sterben, aber sonst, uff, die Zone. die ist eigentlich nicht so schlecht aber ich muss einfach laufen 15 leute einfach in dieser kleinen zone das ist so krank das ist die testrunde die drei haben so denken schau mal aber das ist genau die leute gegen die gleich spielen warum er das jetzt gemacht hat verstehe ich jetzt nicht ok ich noch mal krass er ist weiter geworden heftig an dieser spielweise ok nice also ihr seht schon leute spielweise auf jeden fall ganz ganz anders alter also ich bin mal gespannt ohne witz ok es geht los waiting for server ist los ok dann gehen wir gehen wir sehen uns raus legen sofort raus oder würde aber einiges droppen dann oder eigentlich nicht also wir sehen wie viele leute lassen zusammen auf dem dach landen ja ja wir zu landen sofort auf dem dach geht einiges raus bro ich sehe wir haben keine news wir sind alleine easy snacking ok diese links ist unser platz ok links hinter die spieler hin links hinter die spieler hinter den spieler ich weiß ich weiß ich komme mit der sieht mich der sieht mich der sieht mich muss weg der wird auf mich schießen ich sehe ich sehe die werden auf dich schießen man ja ich war direkt noch war direkt ja kann nicht helfen total schade keine möglichkeit also warst einfach eine trap kommen wir sagen da gab es nicht viele optionen für dich ist ok passiert einfach von timing hier haben schon zehn kills ohne damage zu nehmen ich kann es schaffen wahnsinn oh noch ein kill oh bro alter ok ganz ehrlich leute also das ist schon echt abgefahren man wildcard alpha mit null kills gewinnt digga ganz oben maintain high ground ja das habe ich gefordert dass die crazy 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 ok da gehen auf jeden fall welche mit uns runter die fliegen straight up runter ja ja das machen alle leute hier immer so die gehen dann nach links oder rechts oh mein gott guck mal junge oh ja die sohn ist gut wir sind die schon wieder mitten im zentrum willst du impuls haben netz oh mein gott ich bin direkt nackt ich bin safe ich bin im busch keiner vermutet mich hier nein ich wurde auch was war das hey wo kam die plötzlich her die witzer belastend man wie viele nades warum wir warum zehn nades in uns helfen die war das nicht nur ein team oder ja von beiden seiten die haben aufgemacht und uns da umgeschaut ach mein gott gibt da noch mal extra geht noch mal von beiden seiten oh mein gott wir kommen noch noch was krank aber krank wow das war gerade so krank am ende wie vieler gefarmt hat meine güte die p90 ok leute drittes game ich habe jetzt dreimal die gleiche kiste aufgemacht grauer er verbände und auf der anderen seite direkt vor uns wir müssen müssen vorbauen gleich die leute hinten müssen nun wollen wir schon formulieren egal können wir machen müssen wir müssen wir müssen wir sind schon auch weit gemacht nice sind vor uns aber gucken was hinter uns mit denen ist der hat angeschossen einfach gut abbauen wir bauen kurz hier unten am berg an okay nicht zu fett aber so dass es halt präsenz hat nicht wie letztes mal und ja acht geben auf die rechten weil die können aufmachen machen auch für dich für dich ja ja alles gut habe gerade zugebaut so ein bisschen rotieren müssen wir schon an den berg ran komm mal raus wenn wir glück haben vermutet uns hier keiner okay die zone ist gut das ist eine gute zone ja wir müssen gleich weiter move einfach nach unten mauern 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 aufbauen ja ja ich bin safe du auch ja ja wir werden gleich durchmogen da ich werde wahrscheinlich mal ein grabter nutzen um durchzukommen okay weil ich keine mass mehr habe soll ich dann auf kills gehen oder was ja probier so los geht's okay ich bin ich bin ich habe keine möglichkeit bei den lecks irgendwas zu machen das ist so schwierig leute mit den lecks alter unfassbar unfassbar hinter dir hinter dir nein das ist doch so dumm da gibt es keine punkte für ja ja das ist geil wir haben es gerade voll komplett noch mal komplett noch mal richtig 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 gestreckt nein warum hast du das hat ja gemacht das ist ja dumm konnte einfach sitzen und schießen von oben wenigstens der wird gleich noch bandagen so bandagieren ja bandagen der hat zu viel an der jetzt hatte ja digga nice so alles hier läuft digga krank 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 man alter so close auch weißt du die zone ist in der nähe wollen wir jetzt schon los oder ja ja müssen wir jetzt los schon dahin durch die treppe die wir hier haben hier direkt vor uns ne ja ja wir wollen einfach schießen wir los warum warum soll ich mal stinkgranaten rüberwerfen ja werf mal in die stinkgranaten wenn du einen winkel hast dann werf rein ich hätte kurz rein zurück noch mal und noch mal egal wohin 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 hinten an der klippe an der klippe in der kule siehst du die kule wir werden gleich für die nächste positionen land spätsel nutzen müssen ich hoffe es gibt nicht über den berg und uns warte warte ich mache nichts rein hier nichts kommen haben nichts schlagen bekommen diesen weitergegangen glaube ich auch der kuck mal ja ja aber wir kennen das land spätten das ist gut sollen wir ja nein digga ich bin raus fliege 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 du ja ja ich hab's geschafft ich habe einen genockt nice nice der ist tot die weiter geht weiter geht weiter ich muss gucken dass ich hier rauskomme noch eingekillt wir müssen durch wir müssen durchkommen ich hoffe ich habe nicht alles bei mir am bord nein close 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 egal 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 ein kill ein kill alles gut ich bin ich bin down ich bin down damn bro schade gratulation zum kill gehabt ja danke dir ja mann ja mann ja mann sehr schön nein von hinten als ob junge mein gott bei vier hätten wir was bekommen ja vier würden wir punkt bekommen man zwölfter platz drei kills das auch genau so und unsere unseren game oh mein gott digga immerhin mehr kills aus try max du hast noch genügend matsna ja ja ich habe drei fünf fünf wir können gleich nach oben und kurz anbauen in die sohn schon hier mach schnell mach schnell mach schnell ich habe bisschen schiss einbahn 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 einbauen einbauen okay einer ist klaus bei mir bruder kommst du hoch komm rein okay mach du dich jetzt sterben gerade richtig viele leute müssen gleich vormoven ja bei dir bei dir bei dir ist einer über dir naja ich weiß ich komm runter zu dir ich komm runter zu dir entspannt du bist bei mir nice der typ ist low der typ ist low okay zone ich bin down du bist down von der zone ja 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 die zone kommt bei dich oh mein gott nein mann die hey digga nicht schon wieder alter als ob noch einer hinter dir steht schau dir an das haben wir rumlaufen mein gott war er auf jeden fall mit dem high ground richtig richtig stark ja an der stelle boya auch schon wieder drin nice man papi alles unser team alles unser team kamo ich ja den holt kam muss ich auch kamo kassiert nochmal richtig stark aber ganz ehrlich leute unser team wieder top 10 gewesen ja ich glaube auf jeden fall dass unser team platz zwei bei diesem volksgemisch abschließen wird also plan schon sicher platz zwei wir werden der top 4 aber eins jetzt contesten also platz 3 ist safe nein nur noch kann da irgendwie noch aufholen aber wann spielt denn heute auch ja die spielen heute sofort nach uns können wir nur hoffen leute können wir nur hoffen also ich glaube dass platz platz drei ist auf jeden fall schon mal safe platz drei ist safe ok nächste zone wir müssen jetzt das mal unternehmen wir können kurz warten einfach links von uns ist auch aber links hinter uns also müssen wir ein bisschen aufpassen können wir steine nehmen oder können wir theoretisch machen ja mann aber nicht auf den krater drauf springen weil gleich werden wir fliegen die fliege ja mit steinen auf dem krater die folie sind die bäume gehen wir da ja hier hier stoppen 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 so wir haben wirklich jetzt voll die utility also wenn hier keine granite launch party passiert oder so dann sind wir schon gut dabei hingestellt fliege in die base davon rein direkt auf den airdrop drauf ja ich bin nicht reingekommen ne komm rein zu dir ich bin drin fuck fuck die ersten mal wieder über mir oh mein gott nein bei mir ist einer drin digga du hast mich genau rausgeblockt nein bro warum hast du mich rausgeblockt wie viele leute leben bei dir noch 13 leute nur noch top 10 ist drin komm ich hab noch ein rift to go alles chillig top 9 schon nice digga top 10 ein punkt schön digga schön runtergefallen und was denn von unten habe mich zwei aufgeschossen in die reingedroppt und gekillt und wir haben platz sieben gemacht eine punkte mein gott ich kann doch so viel lieben das sind acht überleben ich bin siebter geworden das sind alles solle spiel oder was und gegen mich war gar das einzige du nein warte top 10 top 10 ist doch schon ist doch schon punkt oder die top 5 top 5 safe ja ja sonst würden wir schon wir waren schon in top 10 drin also dann würden wir schon punkte bekommen schade top 5 ist punkte man schade 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 wir gehen wir gucken jetzt mal wie es ausgeht ja mal ein laser siebeuer sehr schön digga sehr schön der macht die weg ja mann ja mann schön digga noch ein kill ja mann digga oh mein gott legende der typ legende absolute legende mann der bluxo macht ein healer ist alleine oben schade der bekommt nicht das win oder der hat keine märz egal dritter platz ich bin pressure he has to commit to it joh he did get the elimination oh der killt doch den bäuer aber der healer schafft er nicht krass oh mein gott was das alter wir könnten man kann sagen was man will drei top 10 deutlich besser als trimax wir schauen jetzt mal ganz kurz meine freunde auf die scoreboards okay wir haben in game 5 wieder sieben punkte geholt platz zwei ist glaube ich gerade drin oder ich meine wenn jetzt unser na team noch delivered wir können ja mal ganz kurz gucken leute warte mal ich schaue mal ganz in meine mails also 7500 dollar die sind safe zehntausend dollar sind glaube ich moment also ich glaube zehntausend dollar sind gerade das was wir bekommen wenn wir jetzt platz zwei müsste drin sein glaube ich ja also leute wir müssen gleich sicher abstand haben werden wir gleich sehen theoretisch ist es sogar möglich leute dass unser team wenn das na team heute noch geisteskrank abliefern würde der abstand zum anderen team war wirklich sehr sehr gering ich meine dass platz zwei auf jeden fall gerade secured sein müsste und platz eins theoretisch heute noch von unserem na team geholt werden könnte das ist aber ein abstand da steht falls na nicht schaffen wir tremex ist in zwei runden nicht reingekommen der arme junge was ist mit ihnen schade schau mal hast du irgendeine favorite social media von dir wo man mal ein bisschen unterstürzungen draufknallen twitter und twitch maus unterstrich devis schau ich kann am besten also wenn du jetzt noch bock hast dann folgt jetzt auf jeden fall mal gerne wir werden auf jeden fall ein bisschen mal spielen ja und so folgt auf jeden fall jetzt aber dem boi hier auf twitter rein 10k sind auf jeden fall für uns beide drin krank mann krank und das nur durch fordmann heftig wirklich heftig 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 heftig